Festakt zu Ehren der Fluthelfer im Ahrtal. Der Landkreis Reutlingen und das Regierungspräsidium Tübingen haben am Montagabend zur Verleihung der Fluthelfermedaille 2021 eingeladen. Diese Fluthelfermedaille hat das Land Rheinland-Pfalz für alle diejenigen gestiftet, die bei der Unwetterkatastrophe im Ahrtal im Einsatz waren. Die Haupt- und Ehrenamtlichen aus dem Landkreis Reutlingen bekamen ihre Medaillen in der Feuerwache Reutlingen. Regierungspräsident Klaus Tapeser, Landrat Ulrich Fiedler und Oberbürgermeister Thomas Keck bedankten sich in Ansprachen bei den Fluthelfern.